Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns einmal die Nokia-Aktie an. Ich denke mal, der ein oder andere hat durch mein gestriges Video bereits investiert, was ich persönlich super finde, dass einige wirklich meine Ideen und Schätzungen folgen. Und jetzt haben mich heute Morgen einige Leute angeschrieben, Mist, die Aktie ist um 21,6% aktuell gefallen und steht bei 4,5 Euro. Macht euch da keine Panik. Also man sieht es hier die letzten Tage, es wird durch WallStreetBets, wer es noch nicht kennt, ist eine Gruppe bei Reddit, mittlerweile 4,3 Millionen Abonnenten bzw. Mitglieder. Als ich am Anfang der Woche das erste Mal ein Video darüber gemacht habe, waren die noch bei 2,2 Millionen Mitgliedern. Also 2 Millionen neue Mitglieder in 4 Tagen. Das ist sehr beeindruckend. Und hier wird einfach nur abgesprochen, welche Aktie man jetzt pushen möchte. Und dort war in den letzten Tagen Nokia immer wieder das Thema. Man kann hier auch sehr gut sehen, aber da bin ich ein bisschen vorsichtig, was Leute für Geld verdienen. Also hier zum Beispiel einer, der hat an einem Tag 49.600 Dollar verdient. Und da gibt es zig mehr Screenshots, wo die Leute halt entsprechend Geld verdienen. Aber hier kann man wirklich nur aufpassen. Ich habe gestern selber gesagt, dass ich in Nokia einsteige. Habe es leider nicht gemacht. Ich habe mich kurzfristig umentschieden auf AMC International, die heute ebenfalls gefallen ist. Aber da kommt heute noch ein separates Video. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum fällt der Kurs aktuell so stark? Und zwar kommt das meines Erachtens deswegen, weil die Short-Seller immer mehr versuchen, dagegen anzudrücken. Es gibt sehr viele private Investoren, so wie du und ich, sage ich mal, die jetzt ihre Gewinne mitnehmen wollen und denen das einfach zu riskant geworden ist gestern noch. Und deswegen haben die verkauft. Gut, gestern Abend war der Schlusskurs bei 5,73 Euro. Also man sieht es hier sehr gut. An einem Tag ist die Aktie um 43% gestiegen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es in Zukunft weiter? Wenn man sich die Beiträge so in Wall Street Bets anguckt, wollen die meisten immer noch oder stehen immer noch hinter Nokia. Sie wollen die Short-Seller, die darauf gewettet haben, dass der Kurs fällt, immer noch, ich sage jetzt einfach mal plump, fertig machen. Und deswegen sagt jeder, halten. Halten, halten, halten. Und das sage ich persönlich auch. Denn wenn jetzt jeder anfängt zu verkaufen, um kurzfristig den Gewinn mitzunehmen, geht das genau in die falsche Richtung. Denn die Aktie kann auf jeden Fall noch viel, viel weiter als diese 5,74 Euro zum Schlusskurs, beziehungsweise den Höchstwert von 6 Euro, kann diese definitiv noch viel, viel höher gehen. Ich zeichne das jetzt einfach mal nur kurz ein bisschen ein. Und man sieht es auch heute, sehr viele Leute verkaufen aktuell, was meines Erachtens wirklich nicht schön ist. Denn man muss dagegen halten. Also, und das ist der Vorteil bei Wall Street Bets. Hier versuchen wirklich die Leute mit vernünftigen Argumenten den Investoren klarzumachen, hey Leute, die Aktie, wir können da richtig Geld dran verdienen. Wichtig ist nur, es müssen die Aktien gehalten werden. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Klar gibt es immer wieder Leute, und das kann ich auch absolut nachvollziehen, die sagen, oh, ich habe jetzt gestern, keine Ahnung, 500 Euro, 5000, 50.000 Euro verdient, mir ist das zu riskant, ich steige aus. Aber grundsätzlich wird hier diese Aktie auf jeden Fall gegen heute Nachmittag meines Erachtens wieder steigen. Das kommt einfach, weil, wie gesagt, viele verkaufen und die warten jetzt noch einen guten Zeitpunkt ab, ich sage mal, vielleicht bei 4 Euro, um wieder einzusteigen. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Also, ich mache das Video jetzt gerade um 10 Uhr deutscher Zeit, also noch sehr früh am Morgen, und man hat noch ein paar Stunden vor sich. Und ich gehe stark davon aus, dass die Aktie heute genauso im Plus wieder landen wird. Deswegen, einige haben jetzt schon in den Kommentaren geschrieben, soll ich noch einsteigen? Ich persönlich, ich bin jetzt kein Anlageberater oder Finanzberater, aber ich persönlich würde es tun. Ich mache es nicht, einfach aus dem Grund, weil ich mich aktuell sehr auf AM7 konzentriere und da etwas mehr daraus, ja auch hoffe, dass da etwas Gutes draus wird. Ich habe 200 Euro investiert gestern kurzfristig, da ich einfach mal als Selbstexperiment und mit euch zusammen, also es kommt heute noch ein Video über AMC, zusammen mal WallStreetBets mitspielen möchte. Deswegen 200 Euro, viele werden jetzt bestimmt sagen, so wenig Geld, aber ich persönlich muss sagen, ich arbeite sehr hart und viel für mein Geld und mehr wäre schöner, wenn Gewinne rausspringen, aber es ist natürlich eine sehr riskante Geschichte, denn es kann auch nach hinten losgehen. Und 200 Euro, ich finde, das ist eine gute Anfangssumme. Sollte ich da als Beispiel jetzt 400 Euro draus machen, werde ich das auf jeden Fall weiterspielen, das Spiel. Wenn ich das Geld verliere, okay, ist ärgerlich, aber dann ist das so. Dann habe ich auf jeden Fall Erfahrungen gesammelt, aber ich möchte in der nächsten Zeit versuchen, aus diesen 200 Euro mehr Geld zu machen und euch natürlich daran teilnehmen lassen. Und da wird auch täglich ein neues Video dazu kommen. Und wenn man sich jetzt die Nokia-Aktie anguckt, sie fällt eigentlich im Prinzip immer weiter, was aber wirklich keine schlimme Sache ist. Es ist klar, wenn ein Kurs so extrem steigt, wird er am nächsten Tag auch wieder fallen. Die Frage ist halt eigentlich immer nur, wie sieht es über den ganzen Tag hinweg aus und nicht morgens um 10. Und wie gesagt, wer WallStreetBets noch nicht kennt, man kann sich hier wirklich mal schlau machen, mal informieren. Wie gesagt, 2 Millionen Mitglieder neu dazugekommen in 4 Tagen. Und das heißt nicht, man muss hier mit investieren, keine Frage. Aber ich habe auch viele Nachrichten von Leuten bekommen, die sagen, es macht einfach Spaß zuzugucken. Was macht gerade der Aktienmarkt? Dass jetzt Nokia natürlich auch gute Produkte hat und technisch sehr weit vorne ist und auch neue Innovationen voranbringen möchte, hat natürlich auch einen Einfluss. Aber das, was natürlich an einem Tag hier los ist mit 45% Gewinn, ist natürlich eher selten. Und wenn man guckt, wie das anfing, hatte das zwischenzeitlich oder sogar 65% Erlöse erreicht oder ein Kursgewinn erreicht und das ist natürlich jetzt nicht normal. Und wenn man sich jetzt mal den längeren Chart anguckt, kann man sehen, dass eigentlich Nokia eher auf einen absteigenden Ast ist oder war. Man kann sehen, sie war schon mal bei 7,90 Euro und ist dann in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr extrem runtergefallen. Sie war auch schon mal hier das absolute Hoch bei fast 30 Euro und dann war das eigentlich leider ein absteigender Ast. Und jetzt kann man natürlich sehen, was passiert, wenn ganz, ganz viele Privatinvestoren in eine Aktie sich einkaufen. Also ich hoffe, ich konnte mal wieder ein kurzes Update dazu geben, was hier alles so möglich ist. Und wie gesagt, verpasst keine weiteren Videos. Ich werde jetzt jeden Tag berichten, was so durch Wall Street Bats passiert. Xiaomi ist für mich immer sehr interessant. Also verpasst kein zukünftiges Video von mir. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.